Hallo, wir alle Menschen befinden uns seit einigen Wochen mit einer unerwarteten, außergewöhnlichen Situation. Und wir konnten auch in dieser Zeit erfahren, wie wichtig das Gefühl, die Eigenschaft Geduld für uns alle Menschen sind. Auf den Anruf des Hausaufwarns zu einem gemeinsamen Gebetsmoment möchte ich gerne zwei Verse aus dem Koran vorlesen, in denen unser Gott die Wichtigkeit der Geduld nochmal deutlich betont. So gedenkt also meiner, damit ich eure gedenke. Und seid mir dankbar und verleugnet mich nicht. O ihr, die ihr glaubt, sucht Hilfe in der Geduld und im Gebet. Wahrlich, Gott ist mit den Geduldigen. Amen. Und dann noch einmal, mein Lehrer, ein altes Gehirn,